Okay, das Game ist doch so gewonnen. Wer von denen macht den... Also, Illusion ist doch das einzige Problem, was wir bekommen könnten, oder? Timo ist useless. Ach, die haben zwei Hooker. Ich habe immer noch weniger dabei. Triple Stun. Auf Nö. Schneeball. Ignite! Ja! Ja! Nein, nein, Riot Games! Hey, du legst! Oh, Heal. Schade, Bro. Schneeball! Was ist denn da noch? Hm, jeden Moment. Oh, hat nicht gereicht von der Range her, schade. Oh, wait, warte mal. Eine Sniper. Lol. Ah! War das nicht schlechteste Riven-Ult, die ich, glaube ich, je gemacht habe. Die zu einem Kill geführt habe. Ich habe einfach zweimal R gedrückt und erst mal reinkt. Nein, da wollte ich gar nicht hin! Oh, das war die Schakopuppe, die ich gerade attackiert habe. Ich bin fucking Donkey. Oh, wenn ich jetzt Schneeball hätte. Oh, ich habe Schneeball und ich habe voll daneben geworfen. Oh, wieder daneben. Oh, wieder daneben. Jetzt gehen wir zu vermitteln. Ich habe ein bisschen. Badruple! Der Gin Quadra! Wie wurde ein Panther gestiert? Egal, wir holen. Achso. Hey, hier ist doch dein Panther. Das ist eine Hartz-Wisch-Sacko. What the fuck? La, la, la. Mama! Mama! Ja, wer schreibt denn? Yo, Riot Games! Bro, ich wurde ja rumgereicht von Blitzcrack und Nautilus. Okay, ich sage nie wieder irgendwas, dass das Game einfach wird. Ich weiß nicht, wer es ist. Der hier ist es doch bestimmt. Mann, hallo! Ich will mein Schneeball nutzen! Joche! Egal, ihr habt den einen ignited. FENIG! Ist der falsche? Digger! Riot Games! Ich bin reingedashed. Ich war schon wieder zehn Jahre gefühlt gesunt. Knock-up von Blitzcrack. Nautilus Autotack Q. Blitzcrack Ult. Nautilus Ult. Wer ist denn hier drinnen? Mhm. Du Knüppel. Ich habe hier noch! Was brauchst du doch? Ich habe gerade alles gedrückt! Leute, ich take das auf Riven! Was? Verbreit mich die ganze Zeit hier. Nein! Ich habe... Ich habe... Keine Ignite gedrückt! Dann spiele ich schnell, weil Ignite und verkackst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro, dieser Blick! Nein, 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 nein. Siehst du das? Bekommst du das mit, was hier passiert? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Jetzt haben die verloren. Ja, danke Gott, Alter! Jetzt haben die das verloren. Ich weiß einfach... Flash... Autotacker Richard. Alter! Meine Scheiße, Alter! Ne, ne, ne. Das war schon wieder viel zu viel für mich. Okay, Big. Okay, okay. Ja, geile Gin... Äh, weh. Träfte erstaunlich auch. What the fuck? Ich bin auch gleich Six. Ein Minion noch. Ein Minion sage... Okay, ich bin Six. Der hat mein Schneeball gefloggt, der Esslinge! Ich habe sie ignited, die stirbt. Oh hell no, Junge. Oh, der Ornn! Oh, Junge! Beim Ornn kracht es aber richtig grad! Bei dem kracht es richtig! Alter, ich lebe. Das war wild irgendwie. Ich war so sauer. Renegade, 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 Renegade! Okay, Digga. Achtung! Oh shit, Digga. Ich habe... Der Ornn hat geblockt. Mein Schneeball hat ihn einfach gekillt. Ich block für dich! Digga, was geht bei dem ab? Double Kill? Ich habe in neun Sekunden... Ja, okay, Quinn, mach das. Ach, Digga, mein Deutsch. Ich habe die grad abbekommen. Instant of cooldown geused. Wie sich's gehört. Weeeee! Junge, das war das Play des Jahrzehnts. Ich habe den Schneeball genutzt auf Minion, um da hin zu ulten, Alter. Und die haben gar nicht damit gerechnet. Junge, wieso macht das so viel Spaß? Malfight in diesem Modus. Was gibt noch... Oh! Nein, komm her, Alex. Ich save dich. Nein! Oh, danke für den Kill. Ich bin das einfach... Konto weg. Ja, ich glaube auch. Kate in high. Ja! Alter! Ist das hier auch eine Falle? Haben die viele Schilder? Ne, die haben keine Schilder. Oh, was ist denn die denn? Ich bin da nicht drauf. Wie lebe ich? Wie lebe ich? Ich habe gleich wieder ult. Warte noch auf mich. Ich habe ihn gecancelt. Ich bin Schneeball auf Ordnung und dann auf die Dings geholt. Das ist so geil, Junge. Legit. Hinten ist noch Heal. Ganz hinten. Freu mich nicht. Kate ihn. Schönen Rass. Schade. Ich glaube, er hat... ... das gehört. Echt? Also, ich finde es schon... ... wirklich gut. Wollen wir diven? Wollen wir diven? Hey, ist ein Korki? Ach, Mann. Bei mir war ein Korki. Man, ich will da reinulten. Ich habe einfach Neid gemacht. LOL. Nein, ich habe nur Auto-Tags. Hey, Kussi! Tristazillion! Riot! Also, das war der weirdeste... ... der weirdeste Quadrant, den ich, glaube ich, je gemacht habe. Ach, da hast du ein, ähm... Alter, die sind alle so low. Mein Gott, das war kein Collector-Ford durchgegeben. Nein, 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 nein! Du, Cripple! Er geht an jedem vorbei! Er will nur mich! Wenn in Real Life nur jemand es geben würde, der nur mich will. Bro, das waren 30 Dillin-Bomben. Bomber. Mein Appell-Flight. Selin auch. Nein, nein. Ja! Fick die Bitch! Nein, Twitch in uns! Ah, du bist tot, schade. Schneeball! Ich habe mich mit seiner Kugel gefühlt. Hast du das Schneeball-Play gesehen? So. Oh, ich habe einen Leck, einen Ticken. Ich schreibe dazu gar nichts mehr. Ich ping einfach meinen Ping, Digga. Kann er mich mal. 13, hier, Leck mich. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt das nächste Mal einfach sterben. Aus, ähm... Wenn ich die Chance habe. Das war doch gar zu geil, Alter. Holy shit. Oh nein! Ah, schade, Alex. Ich habe keine Demo... Du bist noch in mich reingedasht und hast meine Ult abgebrochen. Oh nein! Ja! Ich habe nicht mehr eine Millisekunde gelasert. Die war instant vorbei. So gefühlt. Wichtig, André. Hä? Was ist jetzt sein Problem? Ja, weißt du, ich habe Fisk gekillt? Ey, ich habe schon keinen Gauke. Nein! Ich habe den Gauke nicht bekommen. Ach so, Dardbus ist afghanisch. Ja, wie low da zwei Leute sind einfach. Hat der Vigo gerade den Schneeball daneben geworfen auf den afghanen Dardbus? Oh, hell no! 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 Bis zum nächsten Mal.